So, guten Morgen, willkommen. Ja, ich wollte mal ein kleiner Status-Update machen zu meiner letzten Ankündigung, die ja schon wieder zwei Wochen her ist. Ja, könnte ich jetzt wöchentlich machen. Ich habe sonst nichts zu tun. Nein, ja, also ich mache ja gerade Schul. Bisher läuft es noch ganz entspannt, das heißt, ich werde gelegentlich immer wieder Zeit haben, was aufzunehmen an meinem Laptop. Soweit er natürlich leistungsmäßig in der Lage ist, ja, sie, ich habe mehrere, genau. Nein, also, ich kann Dio 2000 aufnehmen, hey, das überrascht mich so gar nicht, weil, ja, der brauchst du überhaupt keine, das Spiel brauchst du überhaupt keine Leistung. Ja, ich habe da noch ein paar andere Spiele probiert, also, 1.602 probiert, aber da lässt sich die Videos mal wieder nicht aufnehmen. Starcraft schien zu gehen, auch wenn ich da noch so ein kleines technisches Problem habe, mal gucken, ob es doch geht oder wie. Dann werde ich vielleicht das noch aufnehmen, weil Schleichfahrt und Zieler 1, das läuft definitiv nicht auf meinem Laptop. Der hat nämlich so überhaupt keine Leistung und auch nicht die Auflösung und, ja. Äh, dann werde ich noch ein paar andere ältere Spiele probieren. Zieler 3 habe ich jetzt mal hier noch, das werde ich dann mal testen, wenn ich wieder mal irgendwann. Vielleicht sind sie die 3000, mal schauen, ob sie das aufnehmen lässt, wahrscheinlich eher nicht, aber, äh, wenn nicht, naja, also die 2000 werde ich, wie gesagt, mal gelegentlich noch mal aufnehmen. So zwischendrin immer wieder. Äh, DOS-Spiele gehen nicht, weil, wegen Emulator. Und wenn nicht, muss ich mal gucken, vielleicht finde ich hier noch was Altes. Ich habe hier noch ein paar alte Spiele, ob die halt wieder laufen, ist ja das eine andere Sache, weil 64-Bit ist immer so ein wenig inkompatibel zu 16-Bit. So ein bisschen nur, ne, so total, ne, ja. Ja, ich werde ihn dann, wie gesagt, in der Schule aufnehmen, wenn ich Zeit habe, in der Schule. Während des Unterrichts nehme ich Let's Plays auf. Merkt man auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie, ja, mit dem Unterricht, wenn der Lehrer erklärt, nehme ich Let's Plays auf. Jawohl. Ja, also, Qualität sollte etwa auf dem Niveau bleiben, also ganz unten. Und, ja, wie viele Folgen dann kommen, weiß ich nicht, also, ursprünglich wollte ich die Woche ja mehr aufnehmen, als nur irgendwie eine Stunde, knapp eine Stunde, aber das hat sich dann im Sand verlaufen. Ich muss auch noch ein wenig Zeuche lesen und so, ja, irgendwelche langweiligen Bücher, ey. Voll scheiße, die Schule, ey. Bücher lesen, ist ja voll ekelhaft. Egal, ich wollte nur so ein kleines Scheiß-Update machen. Ja, und am Wochenende kommen dann halt noch so Battle-Folgen und lauter so scheiße. Wie gesagt, nur am Wochenende, weil das Internet da unten ist, ein bisschen, oder da oben, besser gesagt, wie auch immer, ist ein bisschen beschränkt, also, ich habe keine Ahnung, was die für eine Anbindung haben, aber im besten Fall kann ich mit einem Megabyte Sekunde ziehen, meistens so mit 20, 30 Kf die Sekunde. Und das ist der Download, da will ich den Upload gar nicht erst wissen. Ja, wunderbar, langsam auf jeden Fall. Vielleicht werde ich auch mal wieder ein paar Intros, ne, Intros kann ich ja nicht aufnehmen, dafür habe ich ja nicht die Leistung, ja, schön. Aber Musik, Spielemusik kann ich aufnehmen, das geht, das geht. Aufnehmen, ja, ich kopiere sie aus den Spielen raus und ja. Äh, egal, Karl. Das war so ein kleines Scheiß-Update. Oktober, Ende Oktober sind Ferien, dann werde ich vielleicht mal wieder etwas aufnehmen, etwas Anspruchsvolleres oder vielleicht auch mal zwischendrin. Gucken wir mal. Ja, das war jetzt mal eine kleine Ankündigung. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.